So, und jetzt werde ich gleichzeitig, während ich dieses Let's Play aufnehme, ein Stück aufnehmen für einen Korken-Game-Tipp. Solltet ihr auch Probleme haben bei der Quest fehlende Inhaltsstoffe von Dr. Aykroyd und Dr. Strickland und die bei mir rechts auch angezeigten Quests haben und euch wundern, woher ihr das fehlende oder den fehlenden Inhaltsstoff bekommt. Und falls ihr euch wundert, dass ihr an diese Werkbank hier geht und einfach nicht weiterkommt, so gebe ich euch den kleinen Tipp, macht mal etwas Unlogisches und geht mal um die Ecke und geht an diesen Tisch, der ansonsten keine weitere großartige Rolle spielt oder bisher gespielt hat. Und so könnt ihr die Quest fehlende Inhaltsstoffe hier abschließen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für den einen oder anderen. Ich hoffe, das war hilfreich. Also, ich hoffe, das ist schon ganz gut.